Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema LibreOffice Seitenleiste und Erscheinungsbild. In diesem Video möchte ich auf die Seitenleiste aufmerksam machen. Die findet man unter Ansicht Seitenleiste. Einige kennen sie vielleicht schon, andere haben sie bisher vielleicht übersehen. Ansicht Seitenleiste draufklicken, dann erscheint hier an der rechten Seite eine Leiste, ein etwas größer Bereich und ein kleinerer. Hier kommt man schnell zu den Eigenschaften, zu den Formatvorlagen, zu der Galerie und zum Navigator. Bei LibreOffice Calc, bei der Tabellenkalkulation, gibt es dann noch die Funktionen. Einige Bereiche kann man auch ausblenden und auch wieder einblenden. Und es gibt noch weitere Optionen, zu denen man kommt. Bei jedem Bereich ist das anders. Hier oben kann man das Seitenleistendeck schließen. Damit ist die Seitenleiste aber nicht verschwunden. Die ist immer noch da. Hier, wenn man auf irgendwas drückt, wird sie wieder eingeblendet. Okay, das erstmal zu der Seitenleiste. Dann zum Erscheinungsbild. Dazu gibt es unter Extras, Optionen, LibreOffice, Ansicht. Hier gibt es den Teil Benutzeroberfläche. Und hier kann man das Erscheinungsbild ändern. Hier kann man den Symbolstil ändern und auch die Symbolgröße. Standard ist hier Tango. Und hier gibt es noch einige andere Iconsets. Zum Beispiel hier SIFR. Das ist ein monochromes Iconset. Bei einigen Distributionen muss da das Paket LibreOffice-Style-SIFR nachinstalliert werden. Einfach anklicken und auf OK. Dann sieht man hier nur noch, alles ist schwarz-weiß. Ebenso gibt es unter Extras, Optionen, LibreOffice, Personalisierung, die Möglichkeiten normale Ansicht ohne Thema, vorinstalliertes Thema, falls vorhanden und eigenes Thema. Hier kann man das Erscheinungsbild ändern, indem man hier zum Beispiel anklickt, eigenes Thema. Und dann kann man sich ein Firefox-Thema aussuchen. Einfach draufklicken. Firefox-Themen besuchen. Die Seite. Und dann kann man sich hier ein Erscheinungsbild aussuchen. Das kennt man ja schon von Firefox. Einfach hier auf ein Erscheinungsbild zeigen. Dann wird das auch schon oben angezeigt, wie das dann später aussieht. Das kann man eben auch für LibreOffice. Einfach die URL vom Erscheinungsbild kopieren. Was nehme ich denn da? Da sollte man schon das Richtige nehmen, dass das auch gut aussieht. Ich nehme jetzt einfach mal schnell als Beispiel das. Dann die URL kopieren. Linkadresse kopieren. Dann hier unten rein kopieren, einfügen und auf OK. Dann etwas warten. Das dauert ein Weilchen. Und dann sieht LibreOffice schon ganz anders aus. Das war jetzt vielleicht nicht das ganz Richtige. Aber je nachdem muss man eben für sich das Richtige herausfinden. Das war User Power von Open Screencast. Tschau und viel Glück.